Er scheißt auf Rückenwind, okay? Okay, zwei spezielle Angreifer. Zwei spezielle Angreifer ist actually gut für mich. Ja, ich mach's mal so. Terra Elektro, falls er Goldrausch macht, wie ein Dummer. Rundumschutz wäre halt cool, ne? Kann Kürtel eigentlich kein Rundumschutz? Das würde ich so fühlen. Ich glaub nämlich, ich glaub leider nicht, ne? Kürtel mit Rundumschutz wäre so ein Banger. Rundum, 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 Rundum. Nein, leider nicht. Aber es wäre so cool. Schallwelle. Schallwelle. Er hat auch viele Spezialverteidigungen. Ich werd nicht auf ihn gehen. Ich werd auf gar keinen Fall auf der Gehäle. Ich könnte sogar überlegen, rauszuwechseln, ey. Aber bringt alles nix. Der wird sterben. Der wird sterben. Bitte mal rücken. Ja gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da bist du ein Dote. Bitte habt keinen Gürtel. Bitte habt keinen Gürtel. Schön. Schön, 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 schön. Schön. Gana ist noch schöner. Und er kann nicht rauswechseln. Zwei von ihm sind Dote. Das heißt, er kann jetzt nochmal Schallwelle drücken wie ein Dummer. Und dann schläft er erstmal. Und ich mach jetzt hier nochmal Schutzschild. Einmal Mondgewalt auf dich. Oh, du wirst bestimmt terrarn, ne? Auf was denn? Boden oder so bestimmt, ne? Egal, Mondgewalt, Abfahrt. Er terrat nicht mal, ist krass. Hallo Skoppe. Hallo. Schmetterramme. Mach Terra-Ausbruch. Ein KP. Endlich hab ich mal mit ein KP überlebt. Das war aber auch überfällig. Dass ich mal mit ein KP überlebe, oder? Können wir das mal echt festhalten? Das war überfällig. Endlich. Ja. Mit dem Lead sein ganzes Team auseinandergenommen. Was sagst du jetzt? Dein ganzes Team auseinandergenommen. Aufgegeben. Schön. Schönes Match. Okay, das hab ich kommen sehen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Wird der Bunker machen? Er macht bestimmt Bunker-Mogel-Gut. So was. Dann würde ich sagen. Mach ich gerne mal auf. Ihn. Und verhöhne auf ihn. Dann kann der nix machen. Reflektor. Okay. Aber du kannst keinen anderen Scheiß machen. Und das gleiche auf das andere Vieh gleich. Vielleicht hätte ich dringend das andere Vieh machen sollen. Ne, Gipfieh. Okay. Gut, gut, gut. Gena ist auch gut. Damit schläfst du. Ja, gut. Reflektor ist auch gut. Das ist dumm von ihm. Weil ich gehe überhaupt nicht auf Dingsbombs. Angriff. Nochmal. Zack. Und gefriertrocknet. Zack. Er wird wahrscheinlich auswechseln. Also. Er kann mit dem Ohlan gar nix mehr machen. Er kann mit dem Ding zwar auch noch was machen, aber es schläft nicht so runter. Tiefschlag, okay. 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 Okay, macht er jetzt Bunker? Er hat Giftschleim. Er ist jetzt erstmal eingeschlafen. Er kann zwar Bunker drücken, aber er kann sich nicht schützen. Hm. Ich mach's mal so. Er wird ja wieder Tiefschlag oder so machen. Nur noch rauswechseln und damit auch höchstens rauswechseln. Wenn er aufwacht, bin ich übel mad. Reflektor gegen zwei spezielle Pokémon, ja. Er wechselt raus, okay. Iron Mod, okay. Schöner Volltreffer. Den hab ich aber auch verdient, würde ich sagen. Mein erster Volltreffer heute. Den hab ich mir irrt. Inner Drift verstärkt. Das heißt, der ist jetzt richtig schnell. Der ist jetzt schnell. Nehmen wir mal ein Schutzschild. Oh Mann. Ich mach mal ein Init-Dev. Ein Init drunter, ja. Der Donnerblitz heißt nicht Tiefschlag. Der Donnerblitz heißt nicht Storben, es war auch einer. Frechheit. Okay, er will einfach Mondgewalt drücken, oder was? Was macht der? Zauberschein. Okay. Das ist das neue Gardevoir. Was macht er? Er ist sogar auf Leben, oh krass. Energieball. Zwei spezielle Angreifer. Da hab ich doch was. Da hätt ich was im Angebot. Oder über Rumpler. Käfer ist nicht sehr effektiv gegen Fee, ne. Oder? Ne, ist nicht. Ich schau aus mit Patronen, die wir den so auseinandernehmen. Ja. Und Techniker. Ja, der Typ ist schneller. Leben auf Zauberschein. Zauber, Zauber, Zauberschein. Der ist eh tot. Wichtig ist eigentlich den Rechtskill. Zumalright. Zauber. Der ist auch schneller. Schön, 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 das schlafende Ding noch und Flutter Main. Ich muss Überrumpler machen. Und hoffen, dass er davon richtig Schaden bekommt. Was bin ich denn? Für ein Typ eigentlich. Käferkampf, ich muss fast auf Feuer gehen. Gucken wir mal was Überrumpler abzieht. Es könnte übel viel abziehen, weil er gar keine Depp hat. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Es müsste eigentlich gut Schaden machen. Ich habe über 500 Angriff. Er hat nur 100 irgendwas Verteidigung. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Das ist eine 90er Attacke. Step. Er hat Bunker gedrückt. Okay, er killt sich aber auch selber mit dem Leben ab jetzt. Wenn er nächste Runde angreift, ist er tot. Hat er sich selbst gekillt. Schön. Das war ein schöner Fight. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und es war richtig hier auf, äh, auf Dingsbums zu gehen. Auf, äh, Feuer. Ne, sonst ist er bestimmt gestorben. Schutzschild. Wieso Schutzschild? Was bringt dir das jetzt noch? Was bringt dir das Schutzschild jetzt noch? Was bringt dir das Schutzschild noch? Einfach nerven. Killt sich jetzt selber. Kill dich. Schön. Schöner Fight. Hab mir gefallen.